It's your boy Skinny P. Willkommen meine Damen und Herren zu Valorant. Wow! Vielen Dank an Ser Yakuza, denn dank ihm habe ich nur Zugang zu Valorant. Ich kann euch also doch mit dem Spiel versorgen, also was YouTube angeht und auch Twitch. Heute Abend nach CSGO wird auch direkt eine Runde gedümpelt. Also nach diesen beiden CSGO-Matches kommt dann direkt Valorant im Livestream heute. Ab 18 Uhr startet der Stream. Keine Sorge, TTT und alles andere wird natürlich nachgeholt, denn ja, ich denke es ist leicht zu verstehen, dass die Woche, es ist ja nur eine Woche diese Vita, jetzt dann Valorant erstmal so ein bisschen zumindest im Vordergrund steht. Aber keine Sorge, mit CSGO fangen wir erstmal an und dann war der Danto! Bis gleich!